Moin moin und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Arena. So, wir sind jetzt hier unten in diesem verdammten Labyrinth. Ich versuche irgendwas noch zu finden, irgendetwas. Ob Schätze, ob noch mehr für die Hauptquests Fang Leer müssen wir ja entdecken. Vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte können wir schaffen. Wer weiß. Boah, kommen die auf einmal direkt vor mir. Jiga, stirbt doch endlich. Wieso geht der nicht drauf? Deklaft. So, wie viel haben wir jetzt noch in Health Potions? Äh, Potions. Wie viel haben wir noch? 21. Was ist das? This item is needed to complete your quest. See your logbook. Das ist mein logbook. Oder warte mal. Äh, the rule of reaction. Ja, ja. Was passiert, wenn wir hier rechtsklick machen? Das ist ja genau dasselbe. Hallo? Wo sind wir jetzt genau? Oh, der muss jetzt auch noch kommen. Und der. Gehen wir noch einen schleppen, glaube ich. Der hat nichts. Ah, noch einer. Dolch. Ja, geht's denn jetzt nur noch da lang? Irgendwas ist hier. Minutaurus bestimmt wieder. Und Wölfe. Hier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen hin. Hier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen hin. Hier, hier ist keiner mehr. So. Und wir gehen wieder hier. Wollte aber da hinten hin. Auf einmal drei Stück. Hier gibt's keine mehr. Der hat nichts. Der hat nichts. Und ich muss wieder mal ganz kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. Ich wurde lustigerweise wieder nochmal angerufen. So. Genau. Hier wollen wir einen lang. Und das war jetzt auch gerade so ein bisschen wichtig, weil wieder eine Freundin dieselbe wie, äh, schon einmal wieder Probleme hat. Wo sie meine Hilfe brauchte. Und irgendwie hat nur sie das Talent, während meiner Aufnahmen hier anzurufen. anderen, die mich anrufen, so, die schaffen es, ähm, anzurufen. Oh, da ist ein Helm. Äh. Das ist interessant. Wo ist denn das? Hier. Okay, wir haben... Ich vermute, dass es ein... Dädrisches Dingens ist. Was haben wir hier? So was können wir nicht aufmachen, ne? So. Warte mal, das da kenne ich doch, oder? Können wir da einfach hin, oder? Gibt's hier noch einen anderen Weg? Spinne. Oh, mirre. Fuck. Die erste ist tot. Boah. Die ist auch tot. Digga, was ist mit dem Heilbruch, äh, Heiltrank? Der hat 14 Gold? Warum hat die Spinne 14 Gold? Der hat nichts. So, warte mal. Ich will hier hin. Wir müssen irgendwie wieder da hin. Vermute, da können wir da hin. Hm. Kommt mir auch so vor, als könnten wir gleich... Boah. Scheiß, Echsen. Alle tot. 21 Gold? Nice. Der hat nichts. Der hat 12 Gold. Okay. So, was ist in Ordnung. Da traue ich mich nicht durchzugehen, weil wir ansonsten wieder stecken bleiben. Ähm. Ja, müssen wir hier entlang. Boah, Wölfe. Was haben Wölfen? In den Katakomben zu suchen. So. Komm, wir riskieren es mal und gehen hier mal rein. und schauen uns mal an, Hier gibt es jetzt auch nicht so viel. Wir gehen da mal und schauen uns mal an, was es hier gibt. Gehen wir hier gerade aus. Dann hier rechts. Natürlich, spinnen. Was denn sonst? Was gibt es denn hier sonst noch? Nur dieser eine Raum. Vermute, hier gibt es nichts wertvolles, dann können wir auch wieder gehen. Ich glaube, hier ist die Kloake. wie wir jetzt gerade am Schwimmen sind. Hier gibt es sonst auch nichts mehr. Ja, wir wollen Richtung Norden. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es auch nichts. Oh, 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 die Ausdauer. Marsch. Ich glaube, wir gehen noch einmal dahin. Ruhen uns mal ganz kurz aus. Hier ist niemand. Gut. Äh, ja, machen wir so. Ja. Die sind jetzt nicht hier. Aua. Acht noch. So, der hatte nichts. So, dann können wir hier. Ah, okay. Meine sind noch in der Nähe. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Ah. Ich kann jetzt vielleicht genau auf ihn zu. Schwimmen. Das heißt drauf. Ja, ja, ja. Halt's Maul. Tschüss. Geh drauf. Ah, nein. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht mal mehr drehen. Fuck. Wie lange dauert der Scheiß jetzt? So, der hat dann nichts. So, jetzt kann ich und die Hielt. Wo sind sie? Scheiße. Ach, nö. Der hat Arschloch. Scheiß cool. Der hatte nichts. Okay, wo müssen wir hin? So, kann ich wieder campen. Pulli Healed. Scheiße. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Der war, der war hart. 36 Gold. Ah. Den können wir nicht mehr nehmen. Den können wir. Den nicht mehr. Den können wir auch nicht mehr. Den können wir auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Und auch nicht mehr. So, jetzt brauche ich aber auch wieder einen Health Potion. Geht da. hat uns fast gekillt. Hat er aber wenigstens Gold? Nö. Ah, da kommt wieder einer. Nein. Ich will zurück. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass wir wirklich wieder zurückgehen. Der Spiegel hat. Warte. Egal. Jetzt haben wir den. So, noch einmal, ja. wir müssen Richtung Norden. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. So, wo sind wir jetzt? wo ich hier würde ich das gerne auch noch mal ein bisschen erkunden. Da gibt's dann noch was. Na komm, wir gehen da lang. Wir gehen hier entlang. Wir sind hier. Nice. So, wo sind wir jetzt? Ja, genau. Wir sind hier. Nice. 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 da sind sie auch. Ja, okay. Nein. Ja. Okay, so geht's. So funktioniert's. Okay, hier kann ich jetzt nichts machen. So, das heißt, wir müssen, wohl, wenn wir hierhin mal wieder wollen, müssen wir jetzt nach links. Osthaus aber auch, ähm, äh, hoppla. hallo. Ja, genau. Und er hatte 48 Gold. Nice. So, dann wären wir jetzt wieder, ja, jetzt wären wir hier wieder, genau. Wir dürften aber auch keine Ghule mehr sein, hoffentlich. Hm, okay. Kiallette auf jeden Fall. The prisons. Ah, hier sind die Gefängnisse. Okay. da gehst du auch mal drauf. Ja, was ist mit den Heiltränken? Okay, wir sind wieder hier. und wir wollen dieses Stückchen noch erkunden. Dann hätten wir fast alles hier. Das heißt, wir gehen den hier noch hier links. Das ist es. Wo genau sind wir hier? Das ist vielleicht das alte Thronsaal oder so was, wo wir jetzt hier hinbekommen? The Royal Bad Jumper, okay. Goblins haben nichts. Wird aber auch langsam Zeit, dass wir wieder aufsteigen vom Level her. So viele Gegner, wie wir hier jetzt gekillt haben. Und so lange, wie wir hier jetzt überlebt haben. Ah, Thuhe. Nice. Ah, okay. Ähm. Das ist wieder eine Thuhe. Sonst gibt es hier gar nichts mehr. Ähm, as if it had been submerged in water before being brought here. Hm? Schade. Wird echt schön gewesen. War hier vielleicht auch noch eine Tune? Nö. Hier ist ein Buch. Okay, mit dem Buch können wir nichts machen. Ich glaube, diese Bücher sind eher für Magier. Oder sowas, die irgendwie magische Affinität haben. Oder so. Ist eine Vermutung. Ich habe jetzt keine Ahnung. So, aber hierhin kommen wir jetzt eher schlecht. Aber im Grunde wir haben wir haben das, wofür wir hergekommen sind. Das heißt, wir können wieder gehen. Ich dachte schon, das wäre wieder eine Truhe. Ich habe dich schon gehört, hier Arschloch. Und er hat dann nicht mal irgendwas mit. aber wir können endlich gehen. Rück nach Riyadh. War doch Riyadh, oder? Genau, Riyadh. So, wie viel brauchen wir? Drei Tage. Considering your condition, you may not survive this journey. Do you wish to attempt the journey? Ich kann die Reise nicht überleben. Warte, dann machen wir vorher erstmal wir speichern hier. Und jetzt versuchen wir das noch einmal. Also, dann versuchen wir es jetzt mal. Nicht, dass wir gleich drauf gehen. Also, ich bin nach Riyadh, genau. Ja. Jetzt schnell reisen. Ich möchte es versuchen. Gleich schaffen wir es. Wir haben es geschafft. Ja, okay. Äh, you have arrived in the city state of Riyadh in Hammerfell Provinz. Yo. Ähm, hoppala. Das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. So, okay, wir sind in der Nacht hier. Wie spät? Ein Uhr, also halb zwei in der Nacht. Das kann heißen, dass wir hier eventuell angegriffen werden. was fällt dir ein, mich hier zu attackieren, Arschloch. Ja, können wir eh oh, den könnten wir noch. Aber das nicht mehr. So, warte mal, wo wollen wir erstmal hin? Da ist die Magier-Gilde. Wir haben jetzt aber keine Taverne hier. Zumindest keine, die wir sehen. Vielleicht auf einmal nochmal den. Aber ohne diese Heilungstränke, ich glaube, hätten wir auch nicht geschafft. Da ist eine Taverne. Ah, perfekt. Perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, Single, einfach, wird reichen. Ja, 10 Gold ist angenehm, ja. Können wir hier äh, komplett halten. 16 Stunden, okay, wie spät haben wir es dafür jetzt? Äh, Afternoon. Ja, okay. Nee, das sieht nicht so aus, als wäre das der Ausgang. Aber das Single hier. Ja, hier ist der Ausgang. So. Ah, das ist schon Abenddämmerung. Aber, ich würde sagen, wie es mit der Hauptquest weitergeht, hier in The Elder Scrolls Arena, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. und wer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020